Hallo liebe Freunde des Engelskirchner Karnevals unseres Dreigestirns und liebe Freunde der Jäckeninfanterie. Heute erreichte uns ein Hilferuf unserer Denklingerfreunde. Anbei zeigen wir jetzt gerade mal das Bild, wo wir dann in Denkling waren zur Sessionseröffnung. Und die Denklingerfreunde machen mit bei Radio Berg sucht Jäcke Lück. Und als Kandidat 2 und wir brauchen euer Voting. Und es wäre ganz toll, wenn ihr uns da unterstützen wollt, weil leider haben wir schon eine Daumenarthrose vom Voten. Wir haben dazu eine Initiative gegründet und die heißt Wir Oberberger Jäcken müssen auch im Karneval zusammenhalten. Und da sich das keiner merken kann, haben wir das zu einem knackigen Namen zusammengefasst. Und der heißt Voymeiks, wie ihr hier sehen könnt. Also macht mit bei unserem Programm Voymeiks und votet für unsere Freunde in Denklingen. Bis dann und gleich kommt natürlich der Film. Tschüss.